Free YouTube-to-iPod-Converter Der Free YouTube-to-iPod-Converter konvertiert YouTube-Videos direkt in das iPod-Format. Übrigens, die hier vorgestellte Software können Sie von dvd-videosoft.com herunterladen. Folgen Sie dem unten angegebenen Link und laden Sie die Datei herunter. Nach der Installation starten Sie die Anwendung. Kopieren Sie den YouTube-Link des Videos, das Sie gerne konvertieren möchten. Der YouTube-to-iPod-Converter fügt diesen in das URL-Eingabefenster ein. Um das Video auf das Ausgabegerät anzupassen, wählen Sie nun das Gerät im Klappmenü Geräte aus. Im Voreinstellungsmenü können Sie noch wählen, ob Sie das Video mit hoher oder niedriger Qualität konvertieren wollen. Danach klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, um den Speicherort für das Video festzulegen. Bestätigen Sie diesen mit OK. Möchten Sie einen benutzerdefinierten Ausgabenamen erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Ausgabename. Im aufpoppenden Fenster können Sie ein Präfix oder ein Postfix angeben. In den Optionen können Sie einen Proxyserver eingeben, URLs aus der Zwischenablage automatisch einfügen lassen, das Programm in das Kontextmenü des Browsers eintragen, den Schnelldownload einschalten und bei Bedarf den Computer nach erfolgreicher Konvertierung herunterfahren. Des Weiteren kann man hier auch die Sprache wählen oder das Programm auf Updates überprüfen. Wenn die Einstellungen passen, starten Sie den Download mit einem Klick auf die Schaltfläche Herunterladen. Die Meldung nach dem erfolgreichen Download können Sie mit OK bestätigen. Das fertig konvertierte Video befindet sich nun im Ausgabeordner. Mit dem Free YouTube-to-iPod-Converter können Sie Videos von der beliebten Videoplattform YouTube schnell und einfach im iPod-Format downloaden. Das Programm ist kostenlos erhältlich und die Programmoberfläche ist einsteigerfreundlich angelegt. Die grafische Benutzeroberfläche ist schlicht ausgefallen. Fazit Der Free YouTube-to-iPod-Converter wandelt YouTube-Videos schnell in ein iPod-kompatibles Format um. Mit der einfachen Bedienung kommen auch Einsteiger zurecht. In Summe ergibt dies 6 von 6 Sternen. In Summe ergibt dies 6 von 6 Sternen.